ich begrüße heute folge spongebob schwammkorb schlacht und begini bottom für den game board wohns wir sind hier mal wieder in einem level drin und machen heute mal weiter im spiel im letzten part hat mich dieses level da mit diesem mit der helden würde so ein bisschen gefrustet hoffentlich wird es heute wieder besser heimister krebs gute arbeit spongebob du hast es zum abfall einmal geschafft nun beeil dich und stoppen planton solange die roboter hier rum hören schwören verliere ich ihr geld dann machst du selbst ist mal ganz ehrlich lass nicht in abends bonn sport für dich knechten sondern hier ist einfach wieder okay das klar sondern machen wir mal was selbst ganz ehrlich was ist auch gott ich sehe schon da sind das ein laufband das wird spannend oh gott da shit okay so war das ist hinten noch irgendwas ich probiere es nicht aus da das sieht so aus als würde nix wäre deswegen gehe ich da gar nicht hin so was aber hier schönes die lasse ich mir mal da falls ich noch irgendwie brauchen sollte oder so kann auch sein so war da kommen wir zu nicht hin da muss ich ein bisschen aufpassen so eventuell ja das ist gut so hier kann ich nicht irgendwie hoch oder so was okay ich glaube ich muss da hoch geht das sein mein freund und bringe mich hier hoch so und da ist den schlüssel ich war jetzt da oben noch irgendwas drauf ist deswegen komm mal her und uah ahhh 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 ah Gott nein so genau so ok da komme ich noch nicht drauf kommen wir wieder zurück mein freund So, dann schiebe ich einmal ganz kurz hier so Ah, du bist schon am weitesten Punkt, okay Okay, da kommt man immer so drauf irgendwie Okay, alles klar, gut, wieso auch nicht Dann hier hin und hier durch, gut Einmal kurz im Kopf juckeln, sorry So, dann weiter Ich warte auf mein Gefährt Sind da alles auch schon Wieder sonst noch irgendwas So, dass da oben stacheln Und da will ich am besten nicht dranspringen So Gut, hier ist ein Burger Es geht hier ab, gut, hier ist so ein Gefährt Wow, das war ganz schön knapp Äh, wow Äh, hier durch wahrscheinlich Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn Ich geh jetzt mal unten lang, ob hier unten noch irgendwas ist oder so Ähm Ah, hi Ich geh mal davon aus, ich werde dich da unten brauchen Deswegen Komm mal runter, mein Freund Ja Ja, da bist du gebraucht Äh Und als Explosierer Dann, ja, dann brauche ich wohl dich hier drüben Weil da ein Schlüssel ist Ich habe schon gesehen, der drüben ist ein Scheiter Also, der sollte jetzt die Tür aufmachen, oder? Ja, sehr gut Dann warten wir noch auf das Dings hier So Und ansonsten ist ja nichts mehr, ja? Gut Du respawnst nur und dann kann ich ja mit dir jetzt nach oben So, genau Und dann, wow Ich warte lieber, bis das rausgespritzt kommt Äh, rausgespritzt, rausgeströmen, was auch immer Genau Und hier ist jetzt eine Tür Sehr schön, okay Uns fehlt noch einiges an Krabbenbürgern Und Pfannenwändern Da kam Wow Schon was auf mich geschossen Wollte ich gerade sagen Was machst du da oben? Geh mal weg, du blöde Muschel Wieso kannst du fliegen? Das ist voll Wow Ich würde hier nicht sterben Ich würde hier nicht sterben Das sehe ich gar nicht ein Vor allem, weil ich nur eine Unterhose in meinem Leben habe Das sehe ich gar nicht ein Jetzt hier noch zu sterben oder so Also jetzt hier Einmal Wow Einmal zu sterben würde ich einsehen Aber zweimal nicht Weil ich dieses Level nicht einmal machen möchte Das ist Das ist nö Das sehe ich gar nicht ein Nimmst du mich bitte Nein, nimmst du mich nicht, weil ich dumm bin Okay, gut Ich habe übrigens mal ein anderes als Play Dieses Spiel jetzt reingeschaut Das finde ich relativ schnell Wenn man das einfach auf YouTube sucht Also das Spiel hier Ähm Und der Typ war auch nicht so begeistert von dem Spiel Ach ja, ich bin schon gespannt Wow Wie ich das Spiel im Endeffekt bewerten werde Wow Eins kann ich euch sagen Es wird Wahrscheinlich Zum Teil irgendwie Relativ Okay Hier ist nichts mehr Zum Teil irgendwie gut ausfallen Und zum Teil irgendwie scheiße Ähm Hi Oh Da bist du gebraucht Mach mal halt genau Ich weiß nicht, ob ich hier Wow Oh, ich hier jetzt irgendwas verpasst habe Oder so Weil da war noch irgendwie noch Weg Und all sowas Deswegen Ich hoffe einfach mal nicht Moment doch Dann weiß ich ja, wo ich suchen muss Oh Hi Ich konnte wissen, dass du hier runterkommst So Und da war ein Krabbenbürger Gut Gut, gut Dann gehe ich mal auf dich hier Über oder auch nicht Weil das Spiel mich nicht lässt So Genau Perfekt Von dir muss ich jetzt warten Oh Gott Bis der da oben Ordentlich da ist Das kann sich auch um Stunden handeln Bis ich hier so perfekt getimt Okay Das war Gewalttähe Ich würde gerade sagen Genau Riskant Aber ich habe es geschafft Gut Da ist auf jeden Fall Anwender Wie ihr gesehen haben solltet Kriege ich bitte eine Unterhose Es wäre wirklich wundertvoll Von dir das Spiel Ähm Ja Sehr schön Komm Komm mit Freund Komm mal mit mein Freund I need you here So Und hoch Da Ja Das war ganz knapp Gerade So Ah Shit Da ist wie eine Muschel Nein Ich lasse mich nicht von dir töten Freundchen Und von dir da erst recht nicht Kannst du bitte runter gehen Dankeschön So Ah Oh 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 Mein Schatz I need you Und da ist der Pfannenwender Den ich vorhin gesehen habe Sehr schön Damit Ganz Zwei Schon zwölf Bürger Okay Also bisher sieht es nicht so aus Als ob mir irgendwas fehlen würde Bisher Das kann sich alles noch drastisch ändern Hallo Was Dich brauche ich um da hochzukommen mein Freund Oder Okay Oder auch nicht So Was haben wir hier schönes Ein Schalter zum öffnen Wow Einer Tür Okay Dann müsste ich da hinkommen damit ich mit dem Nee Nee War da kurz Was ich den rüberschieben kann Was ich den rüberschieben kann Nein So Perfekt Ja Nein Was 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 Ich Ich Wollte Der Ah Das war dumm von mir Wie soll ich aktiviert Ach nee Hör auf So Ey Wie soll ich Ich bin echt dumm Wisst ihr Wieso habe ich nicht aktiviert Ich verstehe mich gerade selbst nicht Hier sind Schlüssel Alles klar Kann ich bitte noch eine Unterhose bekommen Das würde ich gerade allzu sehr feiern Wenn ich noch Oh ich habe hier gerade Todesängste Wenn ich hier noch eine Unterhose bekommen würde Hier ist also ein Weg Ich will mich nochmal hier unten umgucken Hier unten ist bestimmt noch irgendwas oder so Hier Waren wir hier schon Von hier kommen wir oder Ja Ich Ich Gehe jetzt einfach von ja aus Deswegen machen wir jetzt hier weiter So Äh Wow Hi Wirst du Oh Dich brauche ich um da hochzukommen Mein Freund So Und das machen wir einmal so Und einmal so Okay Äh Ha Aha Okay Wow Alles klar Alles klar Oha Hier ist nichts mehr Okay Der hat sich weggeglitscht Okay Bzw. ist despawned Was auch immer Gehen sie weg Mein Freund Aha So Dann hier rüber Oder auch nicht Was haben wir hier jetzt Noch eine bombe Noch eine bombe Okay Die Wow Ja Komm her Ich brauche dich mal heranzukommen So Und du explodierst lieber gleich Das war so dumm Der explodiert relativ schnell Ich sollte ihn In diese richtung laufen lassen Genau Einfach so Bäm Und hinter das mystery So Hallo mein Pferdchen Hat man die auch schon in dieser Welt gehabt Ich weiß es nicht Wow Geh weg Hier oben ist nichts mehr Ich nehme dich mal mit Vielleicht brauche ich die noch irgendwo So Und dann guck mal schnell So Hier hoch Hallo Und tschüss Hier rüber Gut Hi Was geht ab Ich war jetzt hier Dort unten noch irgendwas ist Oder so Nein es ist nicht Das heißt es war jetzt hier unnötig Egal Gut Äh Da unten wäre ein Weg für mystery Da gehen wir auch gleich hin Ich werde mal hier gucken Ob hier noch irgendwie was ist Wow Da kommt Zeug raus Das kann man auch voll sehen Und so Oh Sehr schön Das habe ich jetzt gebraucht Gut Und die letzten beiden Habe ich auch schon gesehen Ich bin jetzt mal davon ausgegangen Weil ich sie nicht mehr brauche Oh Super Hier fehlt mir ein Schlüssel Gut Soviel dazu Das heißt Hier hätte man wohl nicht hingemusst Oder ist noch irgendwas Ab gewesen Ich würde ganz gerne Zumal die bereicherte Schenig Und damit die Bürger Gespeichert sind Also was Wo muss ich jetzt eigentlich hin Ich weiß es gerade gar nicht Dahin Hier hin Das sind die letzten beiden Bürger Sehr gut Und hier ist das Ziel Eher uncool Weil mir noch ein Schlüssel fehlt Wie soll ich die jetzt Wo ist der bitte? Och man Ich gehe mal Ob der rum Runden ist oder so Ich will einmal ganz kurz zurück in den anderen Bereich Weil ich möchte Dass mein Fortschritt gespeichert wird In Bezug auf die Bürger Nein sowas So Freundchen Ich brauche dich hier Oder brauche ich nicht mal Sehr schön So Ist hier unten vielleicht noch irgendwas Oder so Hier hinten mal Müsst du Das heißt Da hinten wird für nichts sein So Du nervst mich bitte nicht Ich muss einmal ganz kurz die Musik Leiser stellen An mein Headset Weil die gerade ziemlich Laut wird So Ich suche immer Dies gerade irgendwie Wahrscheinlich bin ich einfach Ah da unten sind noch der Weg Stimmt Das habe ich vorher ausgeblendet Du nervst mich bitte nicht Dankeschön Das habe ich voll Äh echt genau Ich voll und ganz ausgeblendet Wow Alles war sinnvoll Egal Jetzt habe ich so wenigstens zwei Leben So Ähm Ähm Freundchen Ich ähm Brauche dich um ähm Hier hochzukommen Ähm Jo Oh Gott Das snapped gerade Hier Scheiße Das war dumm Hier muss er jetzt noch irgendwo ein Schlüssel sein Irgendwo Wow Komm mir ja nicht hier Ähm Dumm Lieber Roboter Irgendwo hier muss ein Schlüssel sein Irgendwo hier muss ein Schlüssel sein Oh Spiel please Gib mir einfach den Schlüssel Wenn gut ist So Hier hoch Hier Hä wo soll er sein Oh was soll denn das Oh man Oh man Ich weiß Ich kann wirklich nicht weiter Ich habe keine Ahnung wo er scheiß sein soll Hä Was ist denn hier Da Da war Da war Ich kann kein Deutsch mehr Da war Da waren wir vorhin schon Oder Und das ist nur wieder resetet Weil ich den Bereich gewechselt hatte Oder Ähm 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 LOL Was Okay Alles klar Spiel Gut Das war ja mal gar nicht Random oder so Nein Wie kommst du denn darauf Das ist Random Boah Das war Nein das war nicht Random Egal Nein Geht doch aus Oh scheiße Oh gott Das Jetzt ist gerade kurz mein Herz stehen geblieben Egal Hauptsache Das scheiß level Ist hier gleich vorbei Es ist trotzdem noch hier hoch Oder Damit dir mit fliegen Moments Ja damit ich sehe Ja Ich bin dumm Ich dachte ich hätte ja schon nicht fallen Wenn ich bin so ein idiot So Wo muss ich dafür jetzt nochmal hin Ach ja Nein ich warte lieber Ich warte lieber Ich habe keine Ahnung Das Äh Keine Ahnung Kein Bock Dass mir dieses Gas Da mein Leben zerstört Dass ich den ganzen Müll Hier nochmal spielen muss Wo bist du hier hin Hier Hier war der Hammer Roboter Soll ich da hochkommen Oder nicht Hallo Kannst du bitte respawn Wenn ich mal Ist halt so Alleine Ist mir doch egal Das sollte ja möglich sein Ja Wow So Mist Studio bist du Da bist du Und jetzt gehen wir Ganz schnell zurück Ganz schnell zurück Aber sowas von schnell So schnell Könnt ihr nicht mal gucken Gehen wir jetzt zurück So Und dann Muss ich mit dir hier mitfliegen Und so mit dir hier hoch Und hier endlich raus Dankeschön Ja ist gut Das haben wir schon mal geschafft Ich probiere es trotzdem nochmal Aber wie gesagt Wir haben es schon geschafft Deswegen ist es vollkommen egal Ob jetzt hier fail oder sterbe Oder was auch immer Fail und sterbe Bloß nicht das gleiche Nein Und schon verkackt So Dann würde ich sagen Siemens Ach ich bin auf Jahr gegangen Probieren wir es euch erst Probieren wir es euch erst Ich gehe Im nächsten Abgrund sterben Kam bitte so ein Scheißabgrund Komm Dankeschön Gott Wie gesagt Dann war es Für diesen Part Im nächsten Part Gehen wir Im Plankton Ganz heilig tun Und hoffentlich Hoffentlich Das wäre nicht allzu schwer Bis dann Ciao Tschüss bis dann Ich gehe